Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Kanal von mir, der Hoge-Gobbergi. Ihr findet hier Buchrezensionen, Tiervideos und auch manches anderes. Und nun viel Spass mit dem tatsächlichen Video. So, Hallöchen ihr Lieben. Ich möchte euch jetzt etwas Wichtiges mitteilen. Ich merke jetzt doch, dass es etwas Festes ist und ich glaube deswegen muss ich jetzt mehr ein bisschen Zeit nehmen für diese Änderung, die Neuigkeit. Ich habe zuerst gedacht, dass ich es noch ein bisschen abwarte, bis ich es verkünde. Schwanger bin ich nicht. Also es war ein bisschen länger schon überlegt, natürlich. Ich mache jetzt das Video nochmal. Wir haben es gestern schon hochgeladen und da hat mein Freund angeguckt und gesagt, ich freue mich ein bisschen zu wenig. Also ich kann wirklich nur betonen, dass ich mich mega freue. Also die erste Zeit mit ihm war jetzt auch mega schön. Es ist sehr schön, so ein liebes Familienmitglied zu haben. Er lässt sich sehr gut kuscheln und das tut mir natürlich auch gut. Auch die ganzen Spaziergänge kann ich nur sagen, es tut mir mega, mega gut. Jimmy hat die ganzen Zweifel aus dem Weg geräumt und man muss ein bisschen mehr Staub saugen. Darf ich vorstellen, das hier ist der Jimmy. Ich spart sie etwas. Ja, das ist der Jimmy.